so hallo zusammen ich mal wieder und zwar mit etwas vollkommen anderem als ich sonst mache und zwar geht es diesmal um ein how to oder ein manual oder wie er mir jetzt nennen wollte und zwar geht es in meinem oder in diesem falle darum dass ich GTA 5 moden möchte und zwar mit deutlich aufgehübscherer grafik als bis dato realistischer grafik ich habe dieses mod letztes mal bei pc games gefunden es gibt zwar auch auf der seite verschiedene anleitungen trotz allem mache ich das einfach mal und auch ein vergleich zu zeigen und zwar werde ich jetzt vorweg euch ein paar 10 aus GTA 5 zeigen und dann euch eine anleitung also so wie es jetzt aussieht werde dann euch die anleitung geben wie modde ich das ganze und zu guter letzt zeige ich euch dann wie es aussieht vorweg wenn ihr hier etwas moddet dann tut euch selbst einen gefallen und zwar nämlich den dass ihr das ganze vorher sichert ganz wichtig wenn ihr nicht sichert und es funktioniert nicht habt ihr ein geschroteses GTA 5 ihr kennt ich weiß nicht wie schnell eure leitung ist aber fakt ist das kann hart werden um den ganzen Mist wieder neu dauern zu laden ja ansonsten habe ich hier ihr seht mein desktop sehr unaufgeräumt damit muss man leben oder city habe ich jetzt mal weg gemacht das programm mit dem ich aufnehme habe ich hier in diesem bereich hier so die drei ich sollte die flamme woanders hinziehen damit es deutlicher wird einen ordner gta 5 modding eine da eine extra eine ausführbare datei open five oder wie immer man also vier oder wie auch immer und gta 5 shortcut und zwar ist dieser shortcut eine verknüpfung zu meiner ja wie soll ich sagen zu meinem gta 5 des weiteren ich zeige euch mal eben kurz die webseite nein die wollte ich euch nicht zeigen da ist nämlich der download für open four und zwar ist hier das auch nicht nein sondern hier ich gehe aber auf die startseite die startseite des mods und zwar kann ich hier unter download die version 1.81 ist es aktuell auch die die ich versuchen werde herunterladen ich kann aber auch wenn ich hier draufklick ich mache das mal könnte ich hier gleich direkt die aktuelle version 181 herunterladen ist jetzt aktuell nicht das ziel wir gehen wieder zurück wir machen folgendes und zwar gibt es hier anleitung und zwar installation wenn ich hier drauf gehe habe ich zwei punkte die in b und die world enhancement wir kümmern uns erst mal um die inb reshades so und jetzt wird wichtig also ich finde das ist doof zu lesen es gibt ja hier noch ein video aber das ist ohne ohne erklärung und in englisch außerdem ist mir schon ein zwei sachen bei den ersten minuten aufgefallen als ich das mal probiert habe damit angefangen habe die dateien habe ich schon runtergeladen habe dann folgendes gemacht ich habe mir das hier das ganze gedöhnt habe ich mir mal kopiert und in eine editor datei gelegt die jetzt nicht sichtbar ist jetzt markiert minimiere die seite gucke in mein gta 5 modding ordner dem ich hier nach rechts hier ja ist gut ihr seht ihr habt und das sehen so was macht eine bundeszen auf der anderen seite gehe ich und lege mein gta 5 film wenn ich die dateien heruntergeladen habe ich drei archive die ich alle drei entpacke einmal richard framework einmal imb series gta 5 und einmal the pinnacle of five word and handstand project das weitere muss ich diese open vordatei herunterladen da gibt es einen link direkt ich zeige euch das mal eben lalalala hier noch nicht das brauche ich auch sowieso erst später und zwar unter installation das war jetzt falsch entschuldigt bitte ich muss auf doch installation war richtig hier werde ich allerdings nicht finden hier sind die links zu ihren bier und wie steht allerdings brauche ich dieses tool open 5 und hier wenn ich das herunterladen start es ist eine hexe und eines ist ganz wichtig nutzt dir kaspersky habe ich gerade herausgefunden nach mehreren versuchen ist es zwingend notwendig dass die kaspersky bei der installation deaktiviert weil sonst die firewall zu macht und der die verlinkung bzw die dateien die er sich runterziehen will werden nicht heruntergeladen und er bricht die installation immer ab nur so kurz zur erklärung solltet ihr kaspersky nicht nutzen kann ich euch nicht genau sagen ob diese reaktion ähnlich ist kaspersky allerdings reagiert so wie gesagt ich habe mir eine editor datei angelegt und habe hier wenn ihr guckt step 123 und so weiter und so fort das sind die dinge die wir denen wir folgen sollen ihr habt sonst wie gesagt auf der homepage auch gerne noch ein zusätzliches video wenn meine erklärung nicht reichen sollte oder irgendwas nicht funktioniert eine sache habe ich beim download der dateien schon noch gemerkt und zwar habe ich ja diesen moment ich minimiere das mal eben und zwar habe ich hier diesen ordentlich pinnacle of five da hat er eine datei nicht entpackt weil die abfahrt zu lang wird und zwar wenn ich mir das mal angucke ich gehe hier wort auf bla 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 ich will es jetzt unter options drei unterschiedliche regenwetter dann beta fps interessiert mich gerade sowieso nicht update update rpf common data levels gta 5 wer da genau diese datei hieß ursprünglich mal anders ich werde sie wahrscheinlich nicht benutzen ich wollte euch nur sagen wundert euch nicht liegt einfach an wenn ihr es mal guckt wie lang der fahrt ist windows 10 bzw ntfs ist so einem ja in so einem fahrt drin ist verwalten und das war der grund warum man hier sagt diese datei kann ich nicht kopieren allerdings so wie ich die sache einschätze so ein bisschen gemoddet habe ich schon zwar nicht gta 5 aber andere spiele werde ich die eh nicht benötigen das noch kurz dazu dann fangen wir an und zwar lesen wir uns durch was der gute mensch uns hier sagt der erste schritt ist man soll die aktuellste version von reshade runterladen link findet ihr in der installationsanleitung bzw ich werde es sehr wahrscheinlich auch ein video noch verlinken step 2 ist alle dateien irgendwo wo es sicher ist entpacken und dann alle dateien in unser gta 5 directory kopieren man soll aber auf gar keinen fall mit zwei ausrufungsstrichen die mediator exe nutzen das tue ich jetzt mal ich gehe in den reshade ordner ja das ist diese hier und diese dateien hier alle beziehungsweise den ordner an sich reshade will er dass ich den hier rein kopieren das tun wir jetzt mal nicht wundern wenn er jetzt gleich fragt und sein im moment moment das war sowieso der falsche ordner dieser ordner war es dieser ordner reshade soll kopiert werden den brauchen wir also den der gehört ja dazu der und der diese dateien die mediator soll ich ja eh nicht kopieren also sage ich hierher kopieren nicht wundern ich habe das schon mal getestet also dateien im ziel ersetzen das wird bei euch nicht kommen schwubbeldiwupp dateien sind drinne erster schritt haken hinter zweiter schritt ich soll weitere dateien extrahieren und das haben wir gerade mal schön step 3 sind wir jetzt da sollen die ladies in b herunterladen habe ich auch schon im vorab gemacht auch wieder hier die verlinkung in der auf der seite zu finden entpacken die dateien und die web version folder also alle dateien aus der web version folder ins gtr 5 directory auch das tun wir ich habe ja hier die hier ist die rapper version und er sagt alle dateien ich nehme jetzt mal wirklich alle mit ist klar und sagen die hier rüber kopieren auch da kommt jetzt gleich wieder er möchte die dateien im ziel ersetzen sagen wir alles klar mach du mal ich hoffe ich bin nicht zu schnell dir könnte soll natürlich zurückspulen was ich nicht kann so das haben wir getan dann sollen wir seine files als ein gigabyte das wir runterladen sollen an dateien wie knapp 900 b haben wir habt ihr schon gemacht und dann soll ich das reshade folder aus seinem download in das gta 5 verzeichnis kopieren und diese dateien die schon da sind entsprechend ersetzen das tue ich jetzt ich gehe in seinen ordner und habe hier den reshade ordner den nehme ich mir jetzt kopieren und sage hier in mein gta folder einfügen dateien im ziel ersetzen so auch gemacht nächster step 6 nee das haben wir gemacht jetzt sind wir sieben jetzt soll ich die zwei iamb files aus seinem download in das haupt das haupt verzeichnis packen damit meint er diese beiden hier ihr wie local und iamb series auch das werde ich jetzt tun ich werde mir mal eben den gta 5 ordner holen so sage kopieren kann aus steuerung 10 natürlich drücken ich bin gerade faul und sage einfügen muss wieder die dateien im ziel ersetzen weil ich habe sie schon kopiert gehe wieder in meine text datei rein haben wir erledigt step 7 ist ein haken hinter step 8 ist im übrigen optional wenn ich schon die wenn ich wenn ich schon die neuesten imb und reshade files verwende dann soll ich einfach den folgenden 6 und 7 folgen haben wir schon gemacht so step 9 ist dass man den monitor idealerweise in den rgb color mode schaltet um schaltet um sage ich mal komische bilder zu nicht zu bekommen damit sind wir mit der imb installation schon soweit durch jetzt tue ich folgendes ich habe mir jetzt platz geschaffen wo habe ich mein gta wo ist mein gta wo ist mein gta ich sehe es gerade nicht sagt es mir das irgendwo man geht ja da so mal gucken was passiert und aber uns abstürzt schauen wir mal man darf gespannt sein oder wie es so schön heißt bis hierhin ja alles ganz normal erledigt habe ich angemeldet nicht wundern ich habe gta 5 neu installiert ich habe weiß ich glaube ich habe es seitdem auch gar nicht mehr gespielt wir werden sehen was passiert man darf gespannt sein so ich habe mal eben ganz kurz den tonwerk gemacht alles passiert doch was ich hatte schon die hoffnung aufgegeben naja kaffee trinken parallel ist immer wichtig was ich jetzt schon gerade gesehen habe sah das ist wir sehen hier aber dass das imb schon bald erst mal funktioniert imb wer es nicht weiß ist im prinzip einfach nichts anderes als ein ding das bestimmte shader nutzt ich bin ja jetzt echt mal gespannt die auflösung und so weiter und so fort habe ich natürlich alles noch nicht eingestellt zu eurer information ich habe ein xehan prozessor drinnen mit maximal 3,4 gigahertz in der geschwindigkeit 16 gigabyte arbeitsspeicher hat er sich aufgehängt das könnte allerdings jetzt gut sein oder doch nicht also ein xehan prozessor 16 gigabyte arbeitsspeicher ein intel chipsatz mainboard mit dem 97er chipsatz des weiteren eine nvidia 980ti grafikkarte das sah eben schon seltsam aus wenn ich das nur sagen darf ich lasse es jetzt einfach mal so es sieht anders aus als sonst wir gehen trotzdem in die einstellung grafik und erhöhen natürlich logischerweise das ist ein bisschen krass ja das ist dser auflösung das machen wir nicht wir machen ganz normal ich habe einen 2k monitor deshalb die auflösung 144 herz passt fx a msa bla 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 da sie gibt es jetzt wieder tausende einstellungen das hat er alles hoch gerissen text zur qualität ist sehr hoch kann man dann noch höher auf ultra oder so wenn dann richtig normal sehr hoch geht das da noch höher sehr hoch geht ok machen wir auch sehr hoch ich bin so ein wir probieren erst mal alles aufzureißen das lassen wir mal weg sehr hoch partikel qualität sehr hoch das ist etwas was jeder genau ultra soll man ja eigentlich nicht machen ich tue das jetzt einfach mal das lassen wir wie es ist ne nachbearbeitung finde ich jetzt mal ein bisschen doof die machen wir auf normal anisotropische filterung hat auch 16 gesetzt auch nice mal gucken ob wir hier noch was werden ne da können wir bis hoch ist das maximum tessellation setzen wir einfach auf sehr hoch so damit haben wir eigentlich schon so wir machen jetzt mein benchmark test da müssen wir eigentlich auch schon sehen wie die grafik aussieht naja von mir aus wir wollen jetzt ja nicht zocken wir gucken einfach mal wichtig ist dass ihr dabei denkt wenn ich das jetzt tue bin ich jetzt habe ich noch keine texturen geändert sondern das ist jetzt wirklich rein beleuchtungs geschichten filter geschichten und so weiter und so fort hat also im grundsatz noch nichts mit dem endergebnis zu tun das endergebnis wird es dann passieren wenn ich grundsätzlich die texturen auch geändert habe der läuft mit 40 frames ungefähr mit der all den qualitätsdingern ist natürlich nicht so schön wobei man noch mal dazu sagen muss ich habe ja alles hochgerissen auf 144 hertz und ich habe ein g-sync monitor das heißt also das läuft noch mal ein bisschen anders als bei einem normalen monitor man sieht jetzt hier offen gestanden nicht ganz viel finde ich persönlich aber schon mal ein schritt nach vorne dass es überhaupt läuft ja doch jetzt kann man sehen dass da sich in der grafik schon was verändert hat so was kommt jetzt erlebt ja doch sieht schon sehr da ist aus so erster eindruck doch definitiv also bis hier muss ich sagen sieht sehr gut aus gut das sieht man natürlich erst richtig im spiel wenn man am zocken ist und 30 frames ist jetzt auch nicht so der burner ich würde da zum beispiel das ein oder andere noch ein stück weit runter setzen von zum beispiel die gras schatten und beziehungsweise die gras qualität ganz ehrlich guckt ihr links und rechts wenn ihr die ganze zeit fahrt oder guckt ihr auf die straße bei mir ist es tendenziell ich versuche auf die straße zu gucken aber bis hierhin läuft es dann können wir den benchmark jetzt mal abbrechen und aus dem spiel wieder heraus gehen naja das tut er automatisch auch nett das war mir auch neu aber ich lasse ihn einfach mal machen man kann diese inny falls dazu noch entsprechend anpassen das ist möglich das muss jeder für sich selbst entscheiden wie er das treibt ich persönlich lasse das jetzt aktuell erst mal und beende den ersten teil der installation der inb um dann sage ich jetzt mal dazu zu kommen entsprechend ja wie soll ich sagen ja die texturen zu installieren auch da werde ich mich vor ein wenig einlesen wenn es euch gefällt was ich hier gemacht habe dann bitte daumen hoch freue ich mich immer drüber kommentare anregungen wie auch immer und ansonsten vielleicht hören wir uns dann beim nächsten mal wenn ich die ups ich sehe gerade GTA 5 startet wieder das soll uns aber nicht weiter tangieren wie gesagt würde mich freuen wenn ihr kommentare da lasst und oder einen daumen hoch oder wie auch immer und vielleicht sehen wir uns dann ja beim nächsten teil nochmal wieder bis dahin alles klar bis dann dann bis dann dann